Vielen Dank, Herr Grüger. Das Wort Arsch fanden wir jetzt hier nicht so parlamentarisch. Wir bitten darauf, zu verzichten. Als Nächste hat sich die Abg. Wissler zum Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die FDP hält im vorliegenden Antrag die Meinungsfreiheit hoch und das ehrenamtliche Engagement in Bürgerinitiativen, die sich für den Naturschutz einsetzen. Herr Rock, wir werden Sie daran erinnern, wenn es das nächste Mal wieder um Autobahnausbau, Kiesausbau oder Logistikzentren geht. Dann werden wir Sie noch einmal daran erinnern, welche hohe Bedeutung der Naturschutz offensichtlich für die FDP gerade hat. Das ist auch genau das Problem dabei, dass Sie ein total instrumentelles Verhältnis zum Naturschutz haben. Natürlich ist Ihre Begeisterung für den Naturschutz und ihre Begeisterung für umweltpolitisches Aufbegehren einzig und allein daraus, dass es gegen Windräder geht. Wenn es gegen Windräder geht, dann entdeckt auf einmal die FDP die bedrohten Arten, die Wälder und den Bürgerprotest für sich. Sie nicken sogar. Sie haben ein instrumentelles Verhältnis zu diesen Fragen, und das ist genau das Problem. Im Antrag empören Sie sich über den grünen Bundestagsabgeordneten Oliver Krischer, der von Anti-Windkraft-Taliban gesprochen hat und fordert eine Distanzierung von den hessischen GRÜNEN. Ich will nur einmal sagen, ganz so zartbeseitet waren Sie auch nicht immer, zumindest wenn es ums Out-Teilen ging, Herr Rock. Ich erinnere mich noch, es waren Stimmen aus der hessischen FDP-Fraktion, namentlich Herr Noll, der damals das Programm der GRÜNEN im Jahr 2013 als Zitat Öko-Faschismus bezeichnet hat. Soll man nur einmal daran erinnern? Damals hieß es aus der FDP-Fraktion, das sollte man nicht überwerten. Ich will nur einmal daran erinnern, Herr Rock. Ihren Aufschrei habe ich damals auch nicht gehört. Ich meine, Öko-Faschismus ist vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte gegenüber dem Programm der GRÜNEN völlig daneben. Es wäre vielleicht ein bisschen weniger Empörung, wenn man selbst in der Vergangenheit so ausgeteilt hätte. Das wäre vielleicht angebracht. Wenn Sie ehrenamtliches Engagement und Proteste begrüßen, dann nehmen Sie doch bitte auch zur Kenntnis, dass Hunderttausende Menschen in diesem Land und Millionen weltweit sich für Klimaschutz einsetzen, nämlich bei Fridays for Future, bei Ende Gelände, bei den globalen Klimastreiks und aktuell im Umfeld der UN-Klimakonferenz in Madrid. Es sind zahlmäßig deutlich mehr als die Menschen, die gegen Windräder kämpfen. Deswegen bitte bringen Sie diesen Menschen dann den gleichen Respekt, das gleiche Verständnis entgegen, und nehmen Sie auch deren Sorgen ernst. Die sorgen sich nämlich um den Fortbestand der Menschheit, wenn das 1,5-Grad-Ziel nicht erreicht wird. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt CDU, SPD, Freie Demokraten und DIE LINKE Nun haben Sie große Teile Ihrer Redezeit auf Dieter Nuhr verwendet, offenbar als Beispiel für die angeblich gefährdete Meinungsfreiheit und als Beispiel dafür, dass es Mut brauche, um seine Position in diesem Land zu vertreten. Ich sage einmal so, was daran mutig ist, sich als bekannter Kabarettist über eine 16-jährige Schülerin lustig zu machen, das bleibt Ihr Geheimnis. Das, was daran mutig sein soll, soll. Ich habe politisches Kabarett immer so verstanden, dass Sie sich mit den Herrschenden anlegen und die Obrigkeit auf die Schippe nehmen und sich nicht über 16-jährige Schülerinnen lustig machen. Ich frage mich ehrlich gesagt auch, wo die Meinungsfreiheit gefährdet sein soll. Herr Nuhr kann das, was er für lustig hält, in der ARD vor einem Millionenpublikum sagen. Er kriegt nicht wenig Geld dafür. Wo ist denn da die Meinungsfreiheit gefährdet? Meinungsfreiheit bedeutet nämlich nicht Freiheit vor Widerspruch. Wenn Dieter Nuhr solche Positionen vertritt, dann muss er verdammt noch einmal mit heftigem Widerspruch rechnen. Das gehört nämlich auch zur Meinungsfreiheit, Herr Rock. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt CDU und BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Im Übrigen finde ich, dass die Kabarettistin Christine Pryon recht hat. Sie hat nämlich unter anderem mit Blick auf Dieter Nuhr einmal gesagt, Comedy bedient Klischees, Kabarett bekämpft sie. Das kommt meinem Verständnis von Kabarett näher. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, meine Damen und Herren. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt CDU und BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Genug an der FDP abgearbeitet. Reden wir einmal über die Landesregierung und über das, was im Bereich der Energiewende real ansteht. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt CDU und BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und SPD Gut, das freut mich. Eines ist offensichtlich. Hier werden heute Ängste vor einer Energiewende geschürt, die in Hessen derzeit gar nicht stattfindet. Die Landesregierung hat den Ausbaustopp für Windenergie, den hier gefordert wird, längst umgesetzt. Eine Windkraftanlage in diesem Jahr, glaube ich, Herr Minister, das mag der FDP noch eine zu viel sein für alle anderen Menschen, und nach vernünftigen Maßstäben ist das viel zu wenig. Wenn die Bundesregierung durchkommt, mit ihrem Vorhaben, jede Ansammlung von fünf Gebäuden als Siedlung anzusehen, von der Windräder 1.000 m Abstand halten müssen, und das auch noch für Repowering gilt, dann ist in Hessen, muss man leider sagen, vermutlich Schluss mit dem Ausbau der Windkraft. Alle Klimaziele im Stromsektor sind Makulatur. Elektroautos, Hybriddienstwagen, Stromtankstellen, alles das, was Sie vorgeschlagen haben, ist doch klimapolitisch hinfällig, wenn nicht perspektivisch vornehmlich erneuerbare Energien im Netz sind. Da würde mich schon interessieren, wie verhält sich denn die Landesregierung eigentlich zu alledem? Wie haben denn CDU und GRÜNE in Hessen eine gemeinsame Linie, was die Pläne von Peter Altmaier angeht? Sind wir uns einig, dass die Pläne den Windkraftausbau in Hessen auch auf lange Sicht völlig zum Erliegen bringen würden? Das würde mich interessieren. Mich würde auch interessieren, was der Hessische Klimaschutzplan eigentlich macht. Wie stehen wir denn da? Seit der Hessische Klimaschutzplan 2025 beschlossen wurde, gibt es keine Auskunft darüber, wie und ob die Maßnahmen überhaupt geeignet sind, die Klimaschutzziele von Paris einzuhalten. Die Umweltministerin kann die Frage offenbar nicht beantworten oder will sie nicht beantworten, wie viele Tonnen CO2 durch die Maßnahmen in Hessen eingespart wurden. Die Landesregierung behauptet weiter, dass die hessischen Reduktionsziele im Eingang mit den internationalen Zielen stünden. Aber es gibt keine Zahlen, die das stützen könnten. Das wäre auch interessant zu wissen. Der Klimaschutzplan der Landesregierung war von Anfang an auf das 2-Grad-Ziel ausgelegt, und die Maßnahmen wurden nie auf das für viele Menschen überlebensnotwendige 1,5-Grad-Ziel angepasst. Dass es keine Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen gibt, um ebenfalls auch nachsteuern zu können, halten wir für grob fahrlässig. Meine Damen und Herren, wenn wir schon dabei sind, wäre es natürlich auch interessant zu wissen, wie sich die Landesregierung im Bundesrat zum Klimapaket verhalten hat bzw. wie sie sich im Vermittlungsausschuss verhalten wird. Das Klimapaket, das den Namen leider eigentlich nicht verdient, ist von der CDU auf Bundesebene durchgesetzt worden. Es ist von den GRÜNEN auf Bundesebene zu Recht stark kritisiert worden. Deswegen wäre es interessant zu wissen, wie die Landesregierung das in Hessen einschätzt und welche Linie sie dazu haben. Meine Damen und Herren, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, ist mittlerweile ein sehr anspruchsvolles Ziel. Es wird nicht zu erreichen sein, wenn wir es nicht hinkriegen, eine Energiewende, eine Verkehrswende und eine Agrarwende. Natürlich müssen wir darüber sprechen, über die Kohleverstromung, die nach wie vor größter Klimasünder ist, und das will ich vielleicht noch einmal sagen in Anbetracht der Debatte, die natürlich auch den Ausbau erneuerbarer Energien behindert. Natürlich ist der Kohlestrom eine völlig falsche Ergänzung, um die Schwankungen der erneuerbaren Energien auszugleichen. Kohlekraftwerke sind weder flexibel noch effizient. Deswegen behindert der Kohlestrom faktisch den Ausbau der erneuerbaren Energien, den dezentralen Ausbau der erneuerbaren Energien und ist eben keine Ergänzung dafür. Zuletzt ist auch das Argument, dass die Energiewende teuer ist. Man hört das immer wieder. Das ist natürlich Hanebüchen, wenn man sich anschaut, wie viele Milliarden € in Subventionen für Kohle und Atom versenkt worden sind und vor allem wie teuer auch die Folgeschäden noch sein werden, die durch die Kohlekraft, aber auch durch die Atomkraft am Ende entstanden sein werden. Wer heute einen Ausbaustopp für erneuerbare Energien fordert, wer den menschengemachten Klimawandel anzweifelt, der gefährdet die Zukunft kommender Generationen. Das sind nicht nur Phänomene, die irgendwann kommen, sondern wir können heute schon sehen, was Klimawandel bedeutet und welche Folgen es am Ende haben wird. Deswegen müssen wir schnell handeln. Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Deswegen muss die Bundesregierung aufhören, die Energiewende zu verschleppen. Auch im Land muss es endlich vorangehen mit dem Ausbau der Windenergie und mit der Energiewende vor Ort. Vielen Dank. Für die Landesregierung erteile ich nun Herrn Staatsminister Tark Al-Wazir das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich hätte nicht gedacht, dass wir in der letzten Plenarrunde vor Weihnachten am Donnerstagnachmittag noch einmal die Grundsatzdebatte über die Energiewende aufmachen. Aber offensichtlich ist es der Wunsch von AfD und FDP. Natürlich sind wir an dieser Stelle auch immer als Landesregierung, wie auch das ganze Parlament, diskussionsbereit und diskussionsfähig. Es ist klar, das will ich an dieser Stelle noch einmal betonen, dass wir als Landesregierung das Ziel haben, übrigens einmal ein Ziel, das von einer schwarz-gelben Regierung gemeinsam mit SPD, GRÜNEN und LINKEN im Energiegipfel verabredet wurde, bis 2050 die Energieerzeugung in Hessen, den Energieverbrauch in Hessen, möglichst zu 100 % aus erneuerbaren Energien zu machen. 2050, da haben wir jetzt noch 30 Jahre Zeit für. Wir haben uns in den letzten Jahren auf den Weg gemacht. Natürlich ist diese Zielsetzung sehr eng mit dem verknüpft, was auf EU- und Bundesebene passiert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Kollege Rock, natürlich muss die Energiewirtschaft dabei auch ihren Teil bringen, weil das ist übrigens richtig, wenn man das kritisiert, dass wir teilweise eine zu strombasierte Debatte haben und wir reden über die anderen Bereiche. Aber, Herr Kollege Rock, wenn Sie eingefordert haben, wie ich finde, zu Recht eingefordert haben, dass wir uns einmal über alle Bereiche Gedanken machen, dann würde natürlich auch zur Redlichkeit dazugehören, dass Sie, wenn Sie sich schon die Entwicklung seit 1990 betrachten, sagen würden, dass die Energiewirtschaft in den letzten Jahren und Jahrzehnten ihren Teil bei der CO2-Reduktion gebracht hat. Wir müssen da weiter daran arbeiten. Aber sie hat einen Teil gebracht. Es gibt einen Teil, der nichts gebracht hat, das ist der Mobilitätssektor, der Verkehrsbereich. Deswegen ist meine Antwort auf das, was Sie gesagt haben, dass der CO2-Ausstoß nicht schnell genug zurückgeht, nicht, dass wir die Energiewende einstellen, sondern dass wir uns an die Verkehrswende machen müssen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zweiter Punkt, weil Sie mich auch direkt angesprochen haben. Ich teile an dieser Stelle ausdrücklich das, was die Kollegin Wissler gesagt hat. Herr Nuhr, und übrigens macht die AfD das ständig, verwechselt Meinungsfreiheit mit Widerspruchsfreiheit. Es gibt in diesem Land die Freiheit, seine Meinung zu sagen, solange man niemanden anderen strafrechtlich beleidigt. Da, diese Grenze gibt es, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber die Meinungsfreiheit heißt nicht, dass man dann nicht auf das, was man sagt, auch einen Widerspruch bekommt. Was mich wundert, ist, dass ein Kabarettist oder eher ein Comedian, die Geister streiten sich, aber dass jemand, der gerne austeilt, total wehleidig ist, wenn etwas zurückkommt. Ich finde, an dieser Stelle muss ich einmal sagen, ich wiederum hätte eine 16-Jährige so nicht beleidigt, wie Herr Nuhr das getan hat. Aber bitte sehr kann man darüber streiten, ob das an dieser Stelle klug oder unklug war. Er hat auf jeden Fall aus meiner Sicht das Recht dazu gehabt. Aber nachher, nachdem man so ausgeteilt ist, anzufangen, rumzuflennen, dass man selbst beleidigt wird, das ist, ehrlich gesagt, also da waren Kabarettisten früher von anderem Schrot und Korn. Ich will Ihnen an diesem Punkt sagen, wir können uns gerne über die Energiewende, über die Verkehrswende, über die Agrarwende, über alles Mögliche auseinandersetzen. Aber der Punkt ist, kriegen wir das hin, das fair, faktenbasiert, offen und lösungsorientiert zu machen. Das ist die spannende Frage. Wir haben entschieden, als Bundesrepublik Deutschland aus der Atomkraft auszusteigen bis 2022. Wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht, übrigens auch parteiübergreifend, aus der Kohle bis spätestens 2038 auszusteigen. Deswegen ist es zwingend, wenn man diesen Weg gehen möchte, dass man die erneuerbaren Energien ausbaut und dass man auch die Netze ausbaut. Das ist zwingend. Das ist die Folge dieser Beschlüsse, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn man sieht, dass die Bundesregierung als Ziel hat, bis 2030 65 % des Stroms aus regenerativen Quellen zu erzeugen, dann gibt es sogar Leute, die sagen, eigentlich reicht das nicht. Ich sage, wenn wir das erreichen würden, wäre es schon gut. Aber das hat dann Auswirkungen. Frau Kollegin Wissler, weil Sie gefragt haben, Sie wissen, dass wir momentan im Vermittlungsausschuss über die Frage diskutieren, ob wir es bis übernächsten Freitag, also bis in acht Tagen schaffen, uns jedenfalls in den Teilen, über die noch diskutiert werden kann, auf einen gemeinsamen Weg zu einigen. Ob das gelingt, kann ich Ihnen wahrscheinlich in der Nacht auf den 20. Mai sagen. Das ist meine Erfahrung mit solchen Prozessen. Aber ich glaube, an dieser Stelle ist das klar. Wir befinden uns da in einem Aushandlungsprozess. Herr Rock, wissen Sie, wer da mit wem wie umgeht? Ich sage, das ist in dieser Demokratie immer erlaubt, das ist konstitutionell für diese Demokratie. Jeder darf hier seine Meinung sagen, darf auch seinen Protest ausdrücken, ganz ausdrücklich. Aber es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man immer nur der einen Seite sozusagen Übertreibung vorwirft. Ich habe den Kollegen Krischer Ende November getroffen, das war, glaube ich, gerade ein paar Tage alt. Dann habe ich gesagt, Olli, das war jetzt nicht so doll, was du da gesagt hast. Bitte, mach es nicht noch einmal. Wir haben da durchaus über diese Frage diskutiert. Ich kann mich aber erinnern, dass beispielsweise in Osthessen, ich glaube, es war in Main-Kinzig-Kreis, oder Bad Hersfeld-Rotenburg, genau, Kollegin Hinz weiß es, einmal rund um ein Windkraftprojekt geschrieben wurde, sozusagen Graffiti, würde man neudeutsch sagen, an die Wand gesprüht, Hessen-Forst, du Windjude. Dann wurde der Name des örtlichen Försters genannt, und hinten dran war, wir hängen dich. Ich glaube an dieser Stelle, dass Sie sich auch genau aufpassen müssen, was in einem bestimmten Bereich der Gesellschaft, gerade bei denen, die sich oft darüber beklagen, dass angeblich alles seine Ordnung nicht mehr hätte, was da an Radikalisierung gerade dabei ist. Ich finde, unabhängig davon, ob man für oder gegen Windräder ist, ob man für oder gegen die Energiewende ist, muss es, glaube ich, einen Konsens geben, dass bestimmte Formen der Auseinandersetzung in diesem Land nicht gehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Beifall CDU und BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Das geht nicht. Da auch ein kritischer Bereich, auch einmal etwas Selbstkritisches, das habe ich da nicht gehört, Herr Kollege Lampeau. Ich habe das da nicht gehört, und ich warte da immer noch drauf. Wenn wir über die Frage offen, fair und faktenbasiert reden, wollen wir einmal reden, worum geht es hier? Die AfD sagt, die Versorgungssicherheit ist gefährdet. Das stimmt nicht. 2011, rund um Fukushima, als der Atomausstieg beschlossen wurde, waren die Zeitungen voll. Da wurde vor dem Blackout gewarnt, und was da alles kommen wird. Ich sage in dem Monitoringbericht 2018, die Bundesnetzagentur, die sagen, dass der Jahreswert von Versorgungsstörungen im Jahr 2018 im Durchschnitt von Verbrauchern, das ist der sogenannte Seidi-Wert, bei 13,91 Minuten lag, hatte der durchschnittliche Verbraucher im Jahr keinen Strom. Das liegt unter dem Mittelwert der Jahre 2006 bis 2017. Zum Vergleich, in den USA sind es vier Stunden. Ich will an dieser Stelle sagen, das stimmt einfach nicht. Faktenbasiert kann man sagen, alles das, was 2011 behauptet wurde, ist im Jahr 2018 durch Fakten widerlegt. Darauf müssten wir uns eigentlich einigen können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben über die Frage der Umweltverträglichkeit geredet. Ich will an dieser Stelle ausdrücklich sagen, wir haben hier einen mühsamen Weg in diesem Land, einen mühsamen Weg, viele Menschen einzubinden. Wir haben die Vorrangpläne für die erneuerbaren Energien teilweise mehrfach ausgelegt. Wir haben alle beteiligt, zehntausende Einwendungen bekommen, abgewogen mit allem, was dazugehört. Wir haben uns auf einen Weg begeben, dass wir 2 % der Landesfläche für die Windkraft reservieren, allerdings mit Ausschlusswirkung. Insofern ist die Argumentation, dass das Land flächendeckend mit Windrädern vollgestellt wird, einfach falsch. Denn 2 % mit Ausschlusswirkung bedeutet im Umkehrschluss 98 % nicht. An dieser Stelle ist diese Behauptung einfach falsch, meine sehr verehrten Damen und Herren, einfach falsch. Wie sind diese Vorranggebiete ausgewählt worden? Sie sind ausgewählt worden, indem man an dieser Stelle sehr genau darauf geachtet hat, naturschutzfachlich, Windhöfigkeit und allem, was dazugehört. Ich glaube, so gut wie Hessen hat das kein Land gemacht. Es gibt am Ende immer noch Leute, die es schlecht finden finden. Aber das ist ihr gutes Recht in der Demokratie. Dafür sind auch gewählte Vertreterinnen und Vertreter im Landtag und in Regionalversammlungen da, um am Ende auch einen solchen Prozess zu machen. An einem Punkt noch, Stichwort Wald. Zur Frage, wann Ihnen der Wald wichtig ist und wann nicht, ist schon einiges gesagt worden. Ich will an dieser Stelle nur noch einmal sagen, jeder Waldeingriff muss ausgeglichen werden. Natürlich ist das so, dass wir in Hessen als waldreichstem Bundesland mit 42 % der Fläche des Landes mit Wald und gleichzeitig den 1.000 m Abstand zu Siedlungen, und zwar Siedlungsgebiet, nicht potenziellen Häusern, sondern Siedlungsgebiet, wenn wir das bei uns hier so machen, dann werden wir auch teilweise im Wald arbeiten müssen. Das ist so. Die Alternative wäre, zu sagen, dass wir den Strom eben nicht produzieren. Dann bin ich wieder am Anfang bei der Frage, wollen Sie dann, dass wir Biblis wieder anschalten, Herr Rock. Das hätte ich gerne einmal von Ihnen gehört, oder dass die Kohlekraftwerke unendlich weiterlaufen. Da muss man irgendwann eine Entscheidung treffen. Herr Rock, der Strom kommt nicht aus der Steckdose. Er muss irgendwo produziert werden. Beifall Freie Demokraten und vereinzelt CDU Deswegen geht es um den Kapitel Preisgünstigkeit und das Stichwort Netzausbau. Es wird immer gesagt, wir müssen so viel Geld in den Netzausbau investieren. Das stimmt auch. Wir müssen viel Geld in den Netzausbau investieren. Auf der anderen Seite will ich Ihnen nur an einer Stelle vorrechnen, was Netzausbau auch spart. Denn die Redispatchkosten, wenn Windräder abgeregelt werden müssen, kosten auch Geld. Herr Rock, die Thüringer Strombrücke läuft von Sachsen-Anhalt über Thüringen nach Franken. Sie wurde Ende 2015 in Betrieb genommen. Sie können sich stündlich auf der Homepage von 50 Hertz anschauen, wie viel Redispatchkosten diese Netzleitung spart. Das sind einmal 50.000 € die Stunde, einmal 200.000 € die Stunde. Das heißt, seitdem diese Stromleitung in Betrieb ist, sind 640 Millionen € an Redispatchkosten eingespart worden, weil der Strom dann benutzt wurde. Herr Minister, darf ich Sie darauf hinweisen, dass die von den Fraktionen vereinbarte Redezeit abgelaufen ist? Frau Präsidentin, vielen Dank. Die ganze Strombrücke hat 320 Millionen € gekostet. Das heißt, es ist sozusagen schon das Doppelte drin. Ich glaube, dass wir an vielen Stellen einfach sehen müssen. Wenn man an bestimmten Stellen investiert, spart man an der anderen Stelle mehr als amortisiert sich irgendwann. Das gilt übrigens auch am Ende. Denn Öl und Gas kommen in aller Regel in Deutschland nicht vor. Das ist auch Geld, das wir ausgeben müssen. An dieser Stelle ist das langfristig auch ökonomisch sehr sinnvoll, meine sehr verehrten Damen und Herren. Teuer wird es immer dann, wenn man die Hände in den Schoß legt und nichts tut, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dann wird es in aller Regel am teuersten. Ich will an dieser Stelle nur noch einmal sagen, Stichwort Akzeptanz. Herr Müller hat es angesprochen. Wir sind als Land Hessen sehr aktiv in Sachen Kommunikation, Beratung, Information und Mediation mit allem. Das heißt nicht, dass am Ende alle einer Meinung sind. Das ist auch in der Demokratie nicht nötig. Die spannende Frage ist, ob man fair, faktenbasiert, offen und lösungsorientiert ist. Das ist am Ende die Frage. Ich will an dieser Stelle sagen, die Akzeptanz für die Energiewende ist ungebrochen hoch. Das ist so. Die Daten sind genannt worden. Dann gibt es oft die Argumentation, das seien nur die Städter und diejenigen, wo die Windräder stehen. Dann sei das alles ganz anders. Da ist die Akzeptanz nicht ganz so hoch, aber sie ist immer noch deutlich mehrheitlich da. Sie ist deutlich und mehrheitlich da, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das sagen alle Umfragen. Herr Rock, wenn Sie an dieser Stelle einmal den Faktencheck machen, schauen Sie jetzt einmal auf Ihrem iPad, wie viele Follower Vernunftcast Hessen auf Facebook hat. Ich habe es vorhin gemacht, es waren 726. Könnte es nicht sein, dass die sozialen Netzwerke die Wirkung, die sie haben, dass man sich nämlich gleich und gleich gesellschaftlich gern, dass man sich immer schon einmal gerne mit seinesgleichen umgibt, dass man am Ende diese sozialen Netzwerke dieses immer weiter steigern, und am Ende Minderheiten, vielleicht auch relevante Minderheiten, aber trotzdem Minderheiten, das Gefühl haben, sie seien eigentlich die Mehrheit, weil sie sich immer nur selbst wechselseitig bestärken. Das könnte so sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen bin ich immer bereit, über die Sache zu reden, aber es muss lösungsorientiert, es muss faktenorientiert, es muss offen sein, meine sehr verehrten Damen und Herren, und vor allem muss es auf wissenschaftlichen Fakten beruhen. Dazu nur einen Punkt. Die erste Enquete-Kommission zum Treibhauseffekt, die man damals noch sagte, hat im Bundestag von 1987 bis 1990 stattgefunden. Wenn Sie das einmal lesen, das ist jetzt 30 Jahre her, dann ist ziemlich viel davon genau so eingetreten, Herr Lichert. Sie hätten auch vor 500 Jahren erklärt, dass die Erde vielleicht keine Kugel ist und dass die Mehrheitsmeinung sagt, dass es eine Scheibe ist. Sie wären aber trotzdem damit nicht in der richtigen Spur gewesen, auch wenn Sie sich mit Leuten umgeben, die Ihnen sagen, genau die Erde ist eine Scheibe. Deswegen müssen wir an dieser Stelle immer faktenorientiert sein. Ich glaube jedenfalls, der Mehrheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ich glaube übrigens alles andere, wäre auch verantwortungslos vor unseren Kindern und Kindeskindern. Vielen Dank. Für die zweite Runde hat sich der Dr. Bürger von der FDP zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich habe mich deswegen noch einmal gemeldet, weil ich doch ein paar Dinge hier gerade rücken möchte. Frau Kinkel, Sie haben ganz offensichtlich keinen Kontakt zu Bürgerinitiativen, denn sonst würden Sie so nicht sprechen und behaupten, dass sich die Bürgerinitiativen hier gerade beim Bereich der Mietkraft mitgenommen fühlen. Ich habe wirklich den engen Kontakt dorthin. und auch dieser pauschale Hinweis der Verurteilung von Bürgerinitiativen. Ich kann sagen, die Bürgerinitiativen, die ich kenne, sind meinungsstark und haben klare Interessen, aber sie sind nicht aggressiv. Sie verteidigen ihre klaren Interessen und versuchen, ihre inhaltlichen Punkte zu machen. Aber diese pauschale Verurteilung, die behaupten Sie mir mitgenommen, geht völlig am Thema vorbei. Was mich am meisten geärgert hat, war die Unterstellung. Ich habe sie mir extra mitgeschrieben. Wir würden die Meinungsfreiheit in der Debatte, um die es mir wirklich geht und wo ich eigentlich viel schade finde, dass wir viel zu viel über Energiepolitik und viel zu wenig über Bürgerrecht und Meinungsfreiheit gehört haben, instrumentalisieren. Nein, meine Damen und Herren, wir instrumentalisieren überhaupt nichts. Sie ist gerade in Gefahr. Das Interessante ist nur, dass besonders von der GRÜNEN, auch vom Teil der anderen linken Seite, uns die Redlichkeit der Ziele in dem Moment abgesprochen wird, wo wir eine andere Meinung vertreten. Ganz offensichtlich passiert hier etwas. Hier wird die notwendige Diskussion um richtig und falsch. Die müssen wir führen. Die sollten wir auch führen. Die Diskussion ist z. B. notwendig, ob man über eine stark schwankende Einspeisung einen kontinuierlichen Strombedarf darstellen kann, wenn man nicht ausreichende Speicherkapazitäten hat. Das ist eine Diskussion, die wir führen müssen. Aber all das wird nicht mehr über richtig und falsch geführt, sondern es wird durch moralische Argumente, durch gut und böse ersetzt. Das ist genau das entsprechende Problem. Das genau. Beifall Freie Demokraten und vereinzelt CDU Freie Demokraten und vereinzelt CDU Das muss uns an dieser Stelle bedenklich machen. Das können wir doch nicht einfach hinnehmen und sagen, das ist an dieser Stelle in Ordnung. Herr Staatsminister, Sie haben sich im Bereich Bürgerrechte nur an dem Herrn Nuhr abgearbeitet. Es ist interessant, wie Sie sich an einem Gründungsmitglied der GRÜNEN-Partei abarbeiten. Aber das machen Sie vielleicht einmal an anderer Stelle. Ich hätte mir ansoweit auch gewünscht, Staatsministerin Dorn wäre hier nach vorne gekommen. Denn sie hat an der Justus-Liby-Universität Ende November einen Vortrag mit dem Thema Wissenschaft in Zeiten gesellschaftlicher Spannung gehalten. Ganz zu Recht gesagt, die Spaltung der Gesellschaft ist das Problem. Was hat sie auch gesagt? Debatten, die auf vollständige Niederlage des Gegenüber abzielen, die sollten wir ächten. Ja, genau. Aber was anderes ist es denn, wenn einer vom Öko-Taliban reden? Was anderes ist das als eine vollständige gesellschaftliche Ächtung? Da geht es nicht um den normalen Widerspruch, sondern wird gesagt, das ist unwissenschaftlich, das ist etwas, was außerhalb des Diskurses steht. Das kann es nicht sein. Ich kann feststellen, die GRÜNEN sind bei diesem richtig dargestellten Problem nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems, das Sie hier an dieser Stelle kritisieren. Die Meinungsfreiheit bleibt auf der Strecke. Lassen Sie eine Frage zu? Nein, in der kurzen Zeit entsprechend nicht. Die bleibt auf der Strecke, und Argumente werden durch Moral ersetzt. Das ist aber das eigentliche Problem, und es verstellt nachher die sachliche Diskussion auch auf die Energiepolitik. Danke sehr. Als Nächster hat sich Herr Lichert von der AfD noch einmal zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, ich danke für die anordnete Worte erteilung. Sie ist auch dringend notwendig. Herr Minister, wie ich es selbst vorher gesagt habe, Sie streuen den Menschen Sand in die Augen. Sie zitieren hier den Saidi-Wert. Ja, richtig, der ist in 2018 gegenüber 2017 gesunken. Aber 2014, 2015 und 2016 war er auch schon einmal niedriger. Es bleibt in der Tendenz ein Anstieg. Dann müssen wir uns natürlich auch noch einmal Gedanken darüber machen, was denn überhaupt ein Saidi-Wert ist. Wenn wir eine statistische Größe messen wollen, die 13 Minuten beträgt, und wir wissen, dass Unterbrechungen kürzer als drei Minuten gar nicht erhoben werden bei diesem Saidi-Wert, dann muss man jetzt kein Atomphysiker sein, um einfach feststellen zu müssen, dass das ein untaugliches Mittel für die Messung der Versorgungssicherheit in unserem Land ist. Wenn Sie schon mit diesen Scheinfakten argumentieren, dann sollten Sie vielleicht nicht nur den Klappentext lesen, sondern auch einmal ein bisschen näher hingucken. Das bedeutet, schauen Sie sich z.B. einmal die Länderrankings an. Was sehen wir dort? Die Länder, die mit Abstand größten Saidi-Wert sind Brandenburg, Sachsen-Anhalt und, ach guck, Schleswig-Holstein. Das sind auch die Länder, da muss man noch einmal die A2 entlangfahren, respektive in Schleswig-Holstein an die Küste gehen, die mit Abstand den größten Windkraftanteil haben. Wenn dort der Saidi-Wert am höchsten ist, liegt es doch unglaublich nahe, dass es da einen Zusammenhang gibt. Das ist jetzt vielleicht ein Fall für die K-Frage. Ist es eine Korrelation, eine Kausalität oder nur eine Koinzidenz? Aber der Anfangsverdacht einer Kausalität ist wohl gerechtfertigt. Dann gibt es natürlich auch noch die Kosten für den Netzbetrieb. Sie haben hier auch wieder ein Beispiel isoliert herausgegriffen. Aber ist es nicht richtig, dass wir in den letzten Jahren sowohl auf Seiten der Übertragungsnetzbetreiber als auch der Verteilnetzbetreiber stetig und stark steigende Kosten für das Netzmanagement hatten. Das können Sie nicht ernsthaft in Abrede stellen. Dazu passt natürlich auch die Äußerung. Die Übertragungsnetzbetreiber und die Verteilnetzbetreiber weisen seit Jahren auf den Stress im Netz hin. Wir haben diesen Leuten wirklich eine Menge zu verdanken, denn die halten den Laden am Laufen. Es wäre schön, wenn Sie auch einen Beitrag dazu leisten würden, dass das so bleibt. Dazu gehört Anerkenntnis der Fakten. Messen Sie sich oder lassen Sie sich an Ihren eigenen Aussagen messen. Hören Sie auf, den Leuten sand in die Augen zu streuen. Danke sehr. Als Nächste darf ich die Fraktionsvorsitzende der LINKEN, Frau Wissler, ans Rednerpult bitten. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich habe mich noch einmal zu Wort gemeldet, weil ich finde, es kann so einfach nicht stehen bleiben. Herr Büger, ich weiß nicht, was Sie hier argumentieren. Sie fordern eine Debatte ein, die wir hier doch führen. Wir führen noch diese Debatte, und wir führen sie auf Antrag der FDP gefühlt jedes zweite Plenum. Niemand schränkt Ihre Meinungsfreiheit ein, sondern Sie erzählen uns gefühlt jedes zweite Plenum, warum der Windkraftausbau, Klammer auf, der in Hessen im Moment eh zum Erliegen gekommen ist, ein Problem ist, warum er dies und das und jenes gefährdet. Irgendwann finden Sie immer neue Argumente, die Sie dafür anführen. Wir diskutieren das doch. Es ist doch nicht so, dass es keine Argumente hervorbringt. Jetzt haben Sie das wieder gesagt. Wie soll man die Schwankungen der erneuerbaren Energien ausgleichen? Es ist doch nicht so, dass wir über die Frage der Grundlastfähigkeit nicht schon zigmal in diesem Haus diskutiert haben. Ja, es ist das Problem, dass die Windkraft und die Sonnenenergie derzeit nicht grundlastfähig sind. Deswegen ist die Frage, wie überbrücken wir das, solange die Speichertechnologien so weit sind. Sie wissen doch, dass an den Power-to-Gas-Verfahren und anderen Verfahren gearbeitet wird. Natürlich haben wir da derzeit noch hohe Verluste. Aber das ist in diesem Fall nicht so dramatisch, wenn man höhere Verluste bei diesen Technologien hat, weil man die Primärenergie nicht erst aufwendig abbaggern oder gewinnen muss, sondern weil Wind zur relativ grenzenlosen Verfügung steht. Das heißt also, die Entwicklung der Speichertechnologien, darüber reden wir dauernd. Es ist doch nicht so, dass das noch niemand angeführt hätte. Natürlich ist doch klar, dass wir für den Übergang hochflexible Gaskraftwerke brauchen. Das bestreitet auch niemand als Brücke hin zu den erneuerbaren Energien. Das Problem ist nur, dass die Kohlekraft genau diese Brücke nicht ist, weil der Unterschied zwischen Gaskraftwerken und Kohlekraftwerken zum einen der Wirkungsgrad ist. Hochflexible Gaskraftwerke haben einen Wirkungsgrad von 80 bis 90 %, während Kohlekraftwerke, ich weiß nicht, wenn sie gut sind, auf einen Wirkungsgrad von 38 % oder so etwas kommen. Das andere Problem ist, dass sie einfach die Flexibilität nicht haben. Um ein Kohlekraftwerk zum Laufen zu bringen, brauchen sie knapp einen Tag, während hochflexible Gaskraftwerke natürlich sehr viel schneller einsatzfähig sind. Das heißt, genau das, was wir brauchen, kurzfristige Ausfälle bei den erneuerbaren Energien, ist die Kohle genau die falsche Antwort darauf, weil Kohlestrom die Netze verstopft und sie im Zweifelsfall die Windräder abstellen und nicht die Kohlekraftwerke. Das ist, was wir Ihnen aber auch schon sehr häufig in diesem Haus erklärt haben und worüber wir gerne auch noch einmal diskutieren können. Aber da muss man eben auch gewisse Fakten zur Kenntnis nehmen, meine Damen und Herren. Die größte Gefahr für den hessischen Wald ist nicht das Windrad. Die größte Gefahr für den hessischen Wald ist der Klimawandel. Ich empfehle dringend einen Besuch beim HALLNUG, beim Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Vielen Dank, Frau Ministerin. Wir haben ein Zentrum für Klimawandelfolgeschäden. Besuchen Sie sie einmal. Die Dürre, Überschwemmungen, Starkstromereignisse, Invasive Arten sollte jetzt die AfD aushorchen. Das ist genau das, woran das Zentrum jetzt schon arbeitet und was sich jetzt schon beobachten lässt, gerade in hessischen Wäldern. Die größte Gefahr für den Artenschutz ist ebenfalls der Klimawandel. Wenn wir über Windräder reden, dann reden wir über eine Flächenversiegelung im Wald von 0,3 bis 0,4 ha. Das ist eine Größenordnung, die natürlich nicht den Wald in Hessen bedroht. Da hat der Minister natürlich vollkommen recht. Hessen ist ein waldreiches Bundesland. Wenn wir sagen, im Wald kein Windrad, dann ist die Frage, wie wir überhaupt Windräder und wo wir die ausbauen sollen. Natürlich ist Wald nicht gleich Wald. Nein, ist es nicht. Es gibt schützenswerten Bannwald. Da hat die SPD, ehrlich gesagt, nicht besonders viel darum gegeben, wenn es um Kiesabbau oder um Flughafenausbau ging. Da war in der Bannwald herzlich egal. Aber den Bannwald gibt es, und er ist schützenswert. Es gibt sowieso forstwirtschaftlich intensiv genutzte Wälder. Es ist ja nicht so, dass sie gegen die forstwirtschaftliche Nutzung von Wäldern sind. Zumindest habe ich Ihre Redebeiträge hier immer anders verstanden. Sie wollen schon Geld mit dem Wald machen, aber bitte kein Windrad reinstellen. Das ist die Gefahr für den Wald. Deswegen müssen wir den Klimawandel aufhalten, wenn es ernst ist, den Wald zu schützen oder die Arten zu schützen. Im Übrigen will ich nur sagen, Hambacher Forst ist auch ein bisschen Wald weggefallen. Da habe ich die FDP bei den Protesten gar nicht gesehen. Da war der Wald noch nicht so wichtig. Letztes noch, weil der Minister das 2-Prozent-Ziel angesprochen hat. Ja, wir haben das 2-Prozent-Ziel, und 98 % sind ausgeschlossen. Das wird langsam zu einem Problem. Wenn man ein 2-Prozent-Ziel hat, aber 1.000 m Mindestabstand, wenn man den Flughafen hat, der den Windkraftausbau einschränkt, wenn man naturschutzrechtliche Einschränkungen hat, dann haben Sie die Windgeschwindigkeit von 5,75 m pro Sekunde. Das könnte man im Land ändern. Das ist auch ein Problem und bringt Projekte zum Erliegen. Dann ist Hessen noch das waldreichste Bundesland, und dann kommen noch Leute und sagen, im Wald aber nicht. Dann sind wir ganz schnell eben nicht mehr bei 2 %. Das merken wir doch gerade. Deswegen finde ich, wir müssten ernsthaft diskutieren, ob wir noch einmal über das 2-Prozent-Ziel reden. Wenn das 2-Prozent-Ziel bedeutet, dass man am Ende über 0,9 % oder über 1 % überhaupt nur redet, dann haben wir ein Problem. Wenn man die mageren Ergebnisse des Energiegipfels Frau Wissler, kommen Sie zum Schluss. Sie haben recht, das tue ich. Die mageren Ergebnisse des Energiegipfels 2011, auf die man sich einmal verständigt hatte, wenn man sie heute so in Frage stellt, dann muss man in der Tat auch darüber reden, ob wirklich 98 % der Landesfläche Ausschlussfläche sein können. Sonst kommen wir mit dem Ausbau der Windenergie überhaupt nicht voran. Als Nächster hat sich Herr Grüger von der SPD zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Frau Wissler hat dankenswerterweise schon gerade einige Punkte angesprochen und auch abgeräumt. Es ist, wie ich in meiner ersten Rede schon gesagt habe, das Problem ist, dass wir gerade zwei parallele Systeme betreiben. Das verursacht Reibungen. Deswegen ist es sinnvoll, wenn man tatsächlich in ein energiewirtschaftliches System auf Basis von 100 % erneuerbarer Energie kommen will, das so schnell wie möglich zu machen, um diese Reibungen auszuschließen. Diese Reibungen sind im Augenblick ganz massiv, gerade die großen Bau- und Kohlekraftwerke, die keine Flexibilität haben, auch die Kohlekraftwerke, die keine Flexibilität haben. Die Frage ist übrigens nicht Speicher oder nicht Speicher. Auch das ist so ein Märchen. Wir brauchen Speicher, 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 am besten großtechnisch. Nein, wir brauchen Flexibilität. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist das, was wir in Zukunft im Energiesystem brauchen. Das kann alles Mögliche sein. Das können z. B. dezentrale Blockheißkraftwerke sein. Das können natürlich auch Speicher sein. Das ist das Thema. Aber man muss prinzipiell verstehen, was die Herausforderung ist. Wenn man diese Herausforderung nicht versteht, dann kommt man natürlich zu falschen Schlüssen. Diese falschen Schlüsse hören wir uns leider schon seit vielen Jahren von der FDP und neuerdings auch von der AfD im Landtag an. Das ist das Problem, über das wir reden. Um noch einmal auf die Frage zu kommen, wie sieht es denn eigentlich mit der Meinungsfreiheit aus, ich möchte noch einmal unterstreichen, es gibt nur eine Meinungsfreiheit. Wenn Dieter nur okay ist, dann sehe ich jetzt nicht das große Problem bei Oliver Krischer. Oder man eint sich darauf, dass sich beide daneben benommen haben und beide eine ziemlich gehässige Art und Weise der Kritik geübt haben, das wäre für mich okay. Aber das eine gut finden, das andere nicht. Wie gesagt, Heuchelei darf man in diesem Hause ja nicht mehr sagen, aber es ist bigott. Das finden wir, vier Sozialdemokraten finden das nicht okay. Die Frage ist übrigens auch nicht Grundlastfähigkeit, Kollegin Wissler. Die Frage ist Residuallastfähigkeit. Das ist letztendlich die Frage, wie wir Flexibilität ins System bekommen. Dafür gibt es viele Untersuchungen und viele interessante Konzepte, wie das aussehen kann. Das Fraunhofer-Institut für solare Systeme in Freiburg hat da eine hervorragende Studie. Ich kann nur empfehlen, sich die einmal anzugucken. Im Übrigen kann man da auch nachlesen, dass das Potenzial der Solar-, der Photovoltaik- und der Windkraft onshore und offshore in Deutschland in der Summe etwa 900 Terawattstunden im Jahr sind. Im Augenblick sind wir bei einem Stromverbrauch von 600 Terawattstunden. Das heißt, das Potenzial der erneuerbaren Energien geht weit über das hinaus, was wir im Augenblick verbrauchen. Das heißt, da sind die 100 Terawattstunden von der Elektrifizierung des Pkw-Verkehrs problemlos darstellbar. Auch das Märchen von den vielen, vielen toten Vögeln muss man einmal in die Reaktion setzen. 100.000 bis 300.000 Vögel sterben an den Windkraftanlagen, sagt der NABU. Das ist bedauerlich. 100 Millionen Vögel sind es an Fensterscheiben, 100 Millionen Vögel sind es durch Katzen und 70 Millionen Vögel durch Verkehr. Ich freue mich schon auf die Initiativen der AfD gegen Autofahren, gegen Katzenhaltung und gegen Fensterscheiben. Für eine kurze Wortmeldung darf ich Herrn Rock, den Fraktionsvorsitzenden der FDP, noch einmal nach vorne bitten. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Es ist wirklich ärgerlich, dass das mit dem Zuhören nicht so gut funktioniert. Ich habe versucht, hier zu sagen. Ich habe es gesagt und versucht, dass Sie es verstehen. Ich würde gerne eine gesellschaftspolitische Debatte führen und keine energiepolitische Debatte über die Frage, ob die Meinungsfreiheit noch so intakt ist, wie sie aus unserer Sicht eben doch bedroht ist. Ich habe Ihnen auch gesagt, ich würde gerne einmal versuchen, das Instrument der Aufklärung, den Spiegel. Ein wichtiger Philosoph der Aufklärung, Markiavelli, hat den Fürstenspiegel geschrieben. Es gibt eine große Zeitschrift in unserem Land, die heißt Spiegel. Wenn die GRÜNEN zu mir sagen, wie kann es denn sein, dass Sie sich für Naturschutz einsetzen, dann würde der Spiegel Ihnen sagen, warum muss das die FDP machen, warum machen Sie es nicht? Das wäre das, wenn Sie den Spiegel hätten. Das wäre das, wenn Sie erkennen könnten, in den Spiegel schauen könnten und sich selbst reflektieren würden. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Sie sind jetzt dran, und dann bekommen Sie vielleicht noch einen Ausgang für Helden und erkennen das, worum es eigentlich bei der Debatte ging. Vielen Dank. Auch für einen kurzen Redebeitrag hat sich Herr Lampou, der Fraktionsvorsitzende der AfD, zu Wort gemeldet. Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, Frau Wissler sagte eben, was Sie eigentlich in Richtung FDP und AfD wollen. Wir diskutieren doch. Es gibt doch hier kein Tabu. Ja, meine Damen und Herren, liebe Frau Wissler, wir diskutieren unter erschwerten Umständen, nämlich unter einer moralischen Erhöhung. Die AfD wurde gegründet, weil Politiker schon 2012 versuchten, Debatten zu lenken mit Tabus. Wir von der AfD haben ein feines Gespür für solche moralischen Tabus. Das Motto dieser Energiedebatte ist eindeutig. Wer nicht meiner Meinung ist, aus Sicht der GRÜNEN, der ist irgendwie extrem. Die Meinungsumfragen haben die Kollegen von der FDP schon zitiert. Das sollte Ihnen zu denken geben, wenn sich zwei Drittel der Bürger in ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt fühlen. Liebe GRÜNEN, Sie tun hier immer so, als ob die Energiewende alternativlos ist. Nein, das ist sie nicht. Dabei geht es bei der Energiewende um die Durchsetzung von gesellschaftspolitisch ideologischen Zielen. Es geht um Ideologie unter dem Deckmantel eines Klimawandels. Es geht um Ideologie und nicht um Problemlösungen. Der Beleg, wenn es um CO2-Vermeidung und Einsparung gehen soll, dann sind Atomkraftwerke Teil der Lösung. Das hat sogar die liebe Greta vor einigen Monaten gesagt und wurde dann ganz schnell zurückgepfiffen. Wir waren am Dienstag beim Parlamentarischen Abend der Schausteller. In der Rede des Vorsitzenden tauchten so viele Forderungen auf und Sorgen, die sich sämtlich auf grüne Politik der letzten Jahre zurückführen ließen. Unsere Sorge ist, die Bürger zahlen die Zeche für ihre ideologiegetriebene, moralisch überhöhte Politik einer sogenannten Energiewende, die immer teurer wird beim Verbraucher in den Wohnungen, bei den Abrechnungen, in der Stromrechnung. Da werden wir weiter die Finger in die Wunde legen, egal wie sehr Sie versuchen, dieses Thema zu tabuisieren und moralisch zu überhöhen. Darum geht es uns. Nun hat sich noch Frau Kinkel von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gemeldet. Beifall SPD, Freie Demokraten, vereinzelt SPD, DIE LINKE, vereinzelt SPD, Freie Demokraten, DIE LINKE, vereinzelt SPD, Freie Demokraten und DIE LINKE Herr Büger, der sich eben auch noch einmal zu Wort gemeldet hat, dem ist die Debatte scheinbar vollkommen egal, weil er den Saar schon wieder verlassen hat, aber er hatte auch offensichtlich vorher nicht zugehört, weil wenn, dann konnte er mir nicht darlegen und nicht beweisen, wo denn die Einschränkung der Meinungsfreiheit stattfindet. Das findet nicht statt. Bürgerinitiativen können sich zu Ort melden. Sie können alles sagen, was Sie wollen. Herr Al-Wazir hat hier einen besonders krassen Fall von Meinungsäußerungen gesagt, was die Grenze weit überschreitet. Aber es wird daran niemand gehindert, seine Meinung hier zu äußern. Auch Sie nehmen das Thema Woche für Woche oder Plenum für Plenum wieder auf die Tagesordnung. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen zu den Bürgerinitiativen sind, aber die sind da nicht zimperlich in der Meinungsäußerung. Wenn es Ihnen wirklich um die Einschränkung der Meinungsäußerung geht, legen Sie doch einfach konkrete Fälle dar, weil das jetzt einfach nur eine Instrumentalisierung ist. Wenn wir über die inhaltliche Energiepolitik sprechen, dann möchte ich Ihnen vielleicht an Ihre Wirtschaftskompetenz appellieren, die Sie ja immer vorgeben zu haben, liebe FDP. Selbst die Wirtschaft, selbst die Unternehmen, selbst der BDI, der nun wirklich keine grüne Organisation ist, all diese Organisationen fordern mehr Engagement für den Klimaschutz, mehr und eine stärkere Energiewende, und nicht weniger. Ich weiß nicht, wessen Interessen Sie hier vertreten, liebe FDP, aber die der Wirtschaft sicherlich schon lange nicht mehr. Zur AfD kann man nur sagen, die AfD hat ein neues Thema gesucht und jetzt die Umweltpolitik für sich entdeckt. Das Thema Migration ist nicht mehr so präsent, und dadurch suchen Sie ein neues, aufregendes Thema. Sie haben sich an die Spitze der Anti-Öko-Bewegung gesetzt. Herr Lichert, Sie haben hier den gleichen Vortrag gehalten wie schon die letzten Monate. Wissenschaftliche Thesen aus dem Zusammenhang gerissen, wild zusammengewürfelt, sodass einfach nur das Falsche herauskommen kann. Das ist nicht redlich, und das entspricht nicht der wissenschaftlichen Kenntnisstand. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Die Haltung ist eine weit verbreitete Haltung, dass sich alles ändern muss. Alles muss anders werden, aber es darf sich nichts ändern. Nehmen Sie doch einmal zur Kenntnis, es ändert sich doch ohnehin immer alles. Die Frage ist doch, wie wir damit umgehen. Die Frage, wie wir damit umgehen, beantwortet die Hessische Landesregierung ganz klar. Wir sind für die Energiewende, wir sind für den Ausbau erneuerbarer Energien, und wir können gerne über das Wie diskutieren, aber nicht über das Ob. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, nach Aussprache des Antrags Tagesordnungspunkt 59, der gemeinsam mit dem Dringlichen Antrag Tagesordnungspunkt 85 nach der Aussprache ist vereinbart, dass beide Anträge in den Ausschuss für weitere Beratungen überwiesen werden. Da sehe ich jetzt keine Widerrede.